Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Saints Row und ich bin gerade auf der Map, wie ihr seht. Wir haben hier über unseren, also ich habe hier einen Food Truck hingestellt. Da unten ist die Werkstatt, die wir hatten und da drüben ist unser Krankenhaus und wir werden heute einfach mal ein bisschen Nebenmissionen machen. Das ist, hä? Der ist verdrogen und so gedöhnt ist eigentlich zuständig. Okay, why ist da oben jetzt auch einer? Ich habe doch nur einen gebaut. Ach, da sind jetzt so Missionen aufgetaucht, die ich machen kann. I understand. Okay, 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 okay. Was ist das hier eigentlich? Gut, das könnten wir natürlich auch noch machen. Das ist so eine blaue Mission. Und das hier. Oh, Helikopter gedöhnt. So. Ah, da drüben ist es so. Hau ab da. Uh. Wenn ich den ihre Autos klau, holen sie wieder rum, ne? So, ich parke jetzt hier mal so ein, wie man immer einen parkt. Ja, 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 okay, äh, Top Gun für Arme oder so. Hi. Ist das die Verarsche von... Das ist die Verarsche von Tom Cruise. Okay, ich habe Top Gun nie wirklich gesehen, aber das ist die Verarsche von Tom Cruise und Top Gun, oder? Also, das sieht so ein bisschen, so ein bisschen so nah nach aus. Und die andere Frage ist... Hieß der auch Hawk? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Du weißt schon, wenn du da fliegen lässt. Ah! Oh mein Gott! Okay, Hubschrauber muss immer Nase nach vorne haben, um nach vorne zu fliegen. Oh, Bruder. Okay, ich bin schon mal oben, ja? Das Runterkommen ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber darüber machen wir uns den Kopf, wenn es so weit ist. How can I use the Magnet? Are you dumb? Au! Ah. Hola! Wuiiii, wohin, 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 wohin? Jetzt seid doch nicht so aggro, ihr Pimmelüfs. Was ist das? Du schmeißt eine Granate in die Luft, ist der dumm. Du bist echt ein super ausgebildeter Cop. Wer kennt es nicht? Ups. Wie fliegen denn Granaten, die... Was mache ich jetzt mit dem Ding? Jetzt habe ich einen Gate-Transporter geklaut. Ich komme mir vor wie... Auf einem... 5M-Server. What the fuck? Ah, hi! Warte, stopp! Oh, ah! Ups. Bitteschön. Frage für einen Freund. Bist du sicher, dass du den so transportieren kannst? Ey, ich bin nicht abgestürzt, ja? Mehr könnt ihr von mir schon mal nicht erwarten. Ein paar Künste mit dem Heli. Halte die Ladung niedrig. Du kannst mich mal am Ameisenbär. Oh mein Gott, das ist ja eine Endless-Kacki oder was? Oh, nee. Also, so geil ist das. Auch wenn du nicht sagst, ist es 50 Mal nach Hause. Weil ich käfft bin. Ja, okay. Das erklärt's. Komm mit. Wir müssen deine Freunde, deine ehemaligen umschnüppeln. Können wir jetzt bitte die Waffe rausnehmen, sonst flippe ich jetzt gleich aus. Wieso geht das nicht? Frage für einen Freund. Hab ich keine Granaten mehr, oder was? Wo ist denn der andere Blöde jetzt? Keine Granaten wirft eigentlich. Naja, kaum bin ich in dem Modus. Kev, triffst du eigentlich einen? Da telefoniert halt einer von ganz hinten. Weißt du? Der da, der telefoniert während er schießt. Wer kennt's nicht? Also ich hab selten so ne beschissene Waffe gehabt. Das Ding da oder? Da krieg ich auch was drauf graffiert da drüben. Es ist... Oh Gott. Never play on a patch day, Leute. Ohne Witz. Guckt euch mal den Deppen da an. Der ist jetzt verdankt. Nina, komm mal her. Ich brauch mal Hilfe. Von vielleicht jemanden, der nicht komplett beklöbt ist. Bei der Typ da drüben. Junge, du stehst. So, jetzt ist das Problem, wo ist der Polizei-Van? Ja, der ist verpackt. Der labert die ganze Zeit, dass wenn er sterben müsste, ist aber nicht tot. Ich bin dann zerstörter Polizei, wenn's... Ja. Süß. Junge, du stehst. Der teleportiert sich jetzt mir die ganze Zeit hinterher mit der Meldung, lass mich nicht sterben. Du bist nicht hochhot. Der hier? Und ich kann die Waffe nichts wünschen. Ist das ein Polizei-Van gewesen? Muss ich jetzt alle umbringen, da unten, oder? Wahrscheinlich. Du hast incoming, komm her. Cover me, du machst doch gar nichts. Was tust du? Du bist genau... Also, warum nehm ich eigentlich Leute von mir mit? Wenn einer nutzt, dann ist wieder der andere. Wollte ich das eh alles alleine machen, ne? Ich kann doch dein Fenster schießen. Ja, too easy. Das ist sehr intelligent, sich unter dem Lastwagen zu ducken. Trottel. Mission erledigt, oder? Mal sagen, ja. Halt's Maul also in dem Auto, sonst klau ich's dir. So. Lass mal sehen. Okay. Den Bereich haben wir gesäubert. Das war eine wunderschöne Erfahrung, nicht? Also, seit dem Update sind da schon ein paar Fehler drin, in dem Game, tatsächlich. Was ist das? Was ist das aus dem Dolan? Ah ja. Habe ich nicht. So. Okay. Ja, also, Kev hat sich anscheinend jetzt wieder eingekriegt. Der hat dann dann, oder der rennt da hinten noch rum, das kann auch sein. Einen Bug. Ich werde jetzt erstmal, denke ich, den Part hier beenden. Dann speichern und dann, ja, mal neu starten, mal gucken. Ich danke euch fürs Zusehen. Ihr hoffet, ich... So, ich beende den Part für heute erstmal hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt ein bisschen Side-Missions-Gedöns gemacht, dass ihr das auch mal gesehen habt, was so ist. Also, das ist im Endeffekt auch halt, ja, das, was dann nicht im Stream... Ah, hier im Let's Play zu sehen ist, weil es ist immer wieder dasselbe Käse. Von daher, ne, habt ihr nichts verpasst. Ich wollte nur einmal auch eine Folge machen mit so Side-Quest-Gedöns, damit ihr das gesehen habt. Ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben, netten Kommi würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, ciao, ciao!